Ah ja, das ist noch ganz spannend, weil es Al Gore auch in seinem Film gibt, eine unbequeme Wahrheit. Also der Anlass für den Friedensnobel, der es auch ist, der stellt sich da hin und zeigt diese Kurve. Und wer hat den Film gesehen, eine unbequeme Wahrheit? Relativ wenige. Also der zeigt diese Kurve und dann stellt er sich noch so auf so eine Leiter und geht dann hier diese Kurve ab. Ja, geht dann da so hoch und dann redet er ins Publikum und sagt, schaut mal her, hier CO2 und hier die Temperatur, wie kann man so blöd sein, das nicht zu erkennen? Und macht sich lustig, ja, und das Publikum lacht. Ja, und was er verschweigt ist, dass zuerst die Temperatur steigt und erst 800 Jahre später CO2. Das sieht man nur nicht, weil es so ganz zusammengekleistert ist. Das heißt, wenn überhaupt, dann kann die Temperatur eine Ursache für das CO2 sein und nicht umgedreht. Also er ist so dreist und demagogisch, ja, dass er sich hinstellt und eine Grafik, die ihn widerlegt, ja, benutzt er in seinem Film und macht sich noch lustig über Leute, die zu blöd sind, das zu erkennen. Also man muss sich mal vor Augen führen, wie dreist diese Propagandisten sind. Also der fällt nicht mehr, dem trifft nicht der Blitz und der fällt von der Leiter, ja, was eigentlich der Fall sein müsste. Weil er gibt einen Friedensnobelmeist dafür, ja, dass er eine Grafik verwendet, die ihn widerlegt. Also wir leben in einer orbitischen Welt, das Gute, das Schlechte, das Schlechte, das Gute, das ist nahezu unglaublich. In Wirklichkeit ist es so, dass wahrscheinlich diese Eisbohrkerndaten einen systematischen Fehler enthalten aufgrund der Messungen, dass sogar die Daten falsch sind, weil man, wenn man mehrere Millionen Jahre zurückgeht, aber wie gesagt, selbst diese falschen Daten, wieder eben, eigentlich, ja, ist es völlig unabhängig. Hier, das ist die Temperatur, das ist die Entwicklung von CO2. Weil im Laufe der Erdgeschichte ist halt CO2 immer mehr abgenommen, leider, weil das Optimum von Pflanzen liegt wesentlich höher. Es gibt Pflanzen, die brauchen als Optimum 10% CO2, also jetzt wäre der ein Optimum. Wir haben hier nur 0,038. Also wenn wir uns überhaupt über irgendetwas Sorgen machen müssten, dann wäre es, dass wir zu wenig CO2 haben. Aber das ist alles, hier geht es um Millionen von Jahren, also wir haben für die nächsten Millionen Jahre genug CO2. Nein, aber man sieht schon diese Idiotie, ja, also dass das lebenswichtige Spurengas verteufelt wird, das überhaupt das Leben erst ermöglicht, sieht, was für eine idiotische Ideologie da entsteht. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das so genau erklären soll. Wer will hier genau wissen, wie es wirklich funktioniert mit der Erderwärmung? Also, ich streife es mal, Sie können das alles nachlesen, das hat Professor Gerlich einen Vortrag darüber gehalten. Ich vermeide es eigentlich, weil normalerweise, weil es ist so, dass den Leuten das schon reicht, wenn sie erfahren, wie wenig CO2 in der Luft ist. Der wahre Vorgang, der ist etwas komplizierter und deswegen verwenden ihn auch die Klimaskeptiker oft nicht. Also bei Eike Klima zum Beispiel wird der Vortrag, oder die sagen, wenn der gar nicht so verwendet, weil man da ewig umdiskutieren muss. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Um die Erde zu erwärmen, müssen CO2 der Erde zusätzliche Energie zuführen, das ist physikalisch nicht möglich. Warum nicht? Es gibt keine Maschinen, die die Energie aus dem Nichts erzeugt. Und zum Beispiel ist die Funktion einer Wärmepumpe im Kühlschrank, ist Arbeit, also ein Motor nötiger. Kühlen können Sie im Kühlschrank nur, indem Sie Arbeit aufwenden, also einen Motor benutzen. Wir sehen gleich, wie das funktioniert. Es sind nämlich die zwei Hauptsätze der Thermodynamik. Es lässt sich Wärme in Arbeit umwandeln, umgekehrt Arbeit in Wärme. Wobei stets die Größe der einen, der anderen Größe proportional ist. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die spielt also die Hauptrolle jetzt in diesem Klimabeispiel. Die Wärme kann nicht von sich selbst aus einem kühleren in einen wärmeren Körper übergehen. Es geht nur immer, es kann von einem wärmeren in einem kühleren übergehen. Man kann etwas aufheizen, aber nicht abkühlen, ohne Arbeit. Das bedeutet, die Energie kann weder geschaffen noch verwichtet werden. Sie kann nur ihre Form ändern. Bei jedem Prozess innerhalb eines geschlossenen Systems bleibt die Summe der Energie konstant. Das ist auch als Energieerhaltungssatz bekannt. Für jeden thermodynamischen Kreislauf gilt, dass die Wärme, die dem System zugeführt wird, der Arbeit entspricht, die das System leistet. Und das sehen wir jetzt. Also es kann überhaupt keine erneuerbaren Energien, man erzählt uns ja immer was von erneuerbaren Energien, die kann es gar nicht geben. Und ein Perpetuum-Mobile ist auch unmöglich. Also eine Maschine, die aus dem Nichts Energie erzeugt. Und hier sehen wir das Beispiel, das ist ganz gut, wie eine Nachbarschiene funktioniert. Also hier wird der Dampf erhitzt. Und der Wärmetransport, also sozusagen die Abkühlung des Dampfes, wenn der nach außen abgegeben wird, der erzeugt Arbeit. Also zum Beispiel, wenn es eine Dampfturbine antreibt. Und bei der umgedreht, bei der Wärmepumpe, muss ich ja, aus einem Kühlschrank zum Beispiel, wo es eine tiefere Temperatur hat, kriege ich die Wärme gar nicht übertragen auf die wärmere Umgebung. Also jeder kennt das ja, dass aus einem Kühlschrank kommt der hinten warme Luft raus, weil eben schnell die warme Luft abtransportiert werden muss. Und dazu muss ich aber Arbeit reinstecken. Da ist ja eine Wärmepumpe drin in dem Kühlschrank. Und wenn es wegfällt, zack, funktioniert das Ganze nicht. Und was man uns erzählt ist, dass die Erderwärmung, also dieser menschengemachte Erderwärmungseffekt, dass das dieses Modell hier ist. Dass von der tieferen Temperatur oben in der Atmosphäre irgendwie durch CO2 reflektiert, das ist diese Wärbestrahlung und dann wird es unten heißer, das geht gar nicht, ohne zusätzliche Energie zu stecken. Vielleicht als Beispiel, also diese Energie, die da angeblich reflektiert wird, die ist ja schon im System, also die kam von der Sonne schon auf die Erde. Und wenn sie dann wieder zurückstrahlt, dann strahlt die einfach ab. Und um wieder zurückzukommen, muss ich da zusätzliche Arbeit aufwärmen. Die zählen also diese Energie einfach doppelt. Und wenn es jetzt nur ich sagen würde, würde ich sagen, okay, hat sich da ja nicht was ausgedacht. Aber das sagen Quantenphysiker, theoretische Physiker, Professor Kram, Professor Gerlich und so weiter. Dann kommt immer das Gegenargument, ja, die sind alle von der Ölindustrie bezahlt. Erstens ist es genau umgedreht. Und zweitens kann man, man kann diese, ja, hat das ja als wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, der Professor Kram und der Professor Gerlich. Und ihm wurde auch nicht widersprochen, ja, das ist ja das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Das heißt, wenn andere Wissenschaftler einen Fehler entdecken in der Arbeit, dann würde die Arbeit diskriminiert werden. Das hat aber nie einen Fehler in dieser Arbeit entdecken können, weil es einfach physikalische Naturgesetze sind, ja. Fazit, geringes Vorkommen in der Atmosphäre, menschengemachter Anteil ist verschwindet von geringen, keine Möglichkeit zur Erzeugung von Energie, also wird auch keiner erzeugt an Menschen, also auch keine Wärme, außer diese 100 Watt-Vorscheid. So, weitere Propagandamärchen, die man uns erzählt, sind die von der Endlichkeit der Ressourcen. Und das ist ein großes Missverständnis, da werden absichtlich zwei Begriffe verwendet. Ressourcen sind nutzbare Rohstoffe. Also, zum Beispiel war früher, oder andersrum gefragt, was hätten uns wohl Menschen aus dem Mittelalter hinterlassen, wenn sie etwas hätten aufheben wollen für uns. Mein Beispiel im Buch ist wahrscheinlich Kerzenwachs, weil man mit Kerzenwachs Licht erzeugen kann. Und die Damen sich ja ahnen konnten, dass wir mal die Glühbirne erfinden würden. Früher war Öl zum Beispiel nur ein Rohstoff, und zwar ein nutzerischer Giftmüll, weil Öl giftig ist. Und erst als man entdeckt hat, dass man es für Öl benutzen kann, dass man es verdrennen kann, dass man Energie erzeugen kann, dass man Plastik herstellen kann. Erst dann wurde es ein nutzbarer Rohstoff. Okay, das kommt irgendwie so aus dem Of, das muss man aber ändern. Ich halte den vor, das erste Mal, in dem Moment, wo man den hält, merkt man, dass man gar nicht, dass die Reihenfolge ja entfallen kann. Und zwar, ein Beispiel, wie man jeden Nutzen auch anders erzeugen kann, ist, wenn Sie von Hamburg nach Kiel reisen, dann ist es Ihr Ziel, nach Kiel zu kommen. Und das können Sie auch verschiedene Arten erreichen. Sie können mit dem Boot hinfahren, Sie können mit dem Flugzeug hinfliegen, Sie können mit dem Auto hinfahren, Sie können zu Fuß gehen oder Sie können das Rad benutzen. Und bei all diesen Dingen verschwenden Sie oder verbrauchen Sie unterschiedliche Rohstoffe. Also Kerosin, wenn Sie fliegen und das Ganze, was man für die Herstellung des Flugzeugs braucht, Aluminium und so weiter. Beim Auto ist es Öl und Stahl, was Sie in den Stahl herstellen müssen. Beim Boot ist es, was beim Boot angeht, beim Segelboot ist es Windkraft. Oder Sie gehen zu Fuß oder mit dem Fahrrad und wenn Sie zu Fuß gehen, dann verbrauchen Sie im Prinzip nur die Energie, die Sie per Essen sozusagen aufnehmen, also die Lebensmittel. Sie verschwenden also völlig unterschiedliche Rohstoffe, um ein Ziel zu erreichen, nämlich nach Kiel zu kommen. Genauso kann ich einen Stuhl, kann ich aus Plastik machen, aus Kupfer, aus Stahl, aus Holz. Ich erreiche immer dasselbe Ziel, nämlich dass ich mich hinsetzen kann. So, was bedeutet das? Da ich jedes Ziel auf unterschiedliche Art und Weise erreichen kann, brauche ich einen Mechanismus, der mir sagt, ja welchen Rohstoff verwende ich denn am besten, um dieses Ziel zu erreichen. Und da gibt es in der Marktwirtschaft einen ganz einfachen Maßstab, nämlich den Preis. Wenn etwas teurer ist, ist es auch seltener. Je teurer etwas ist, desto seltener kommt es vor. Und wenn wir jetzt Solarenergie verwenden, Solarenergie ist bis zu 10 mal teurer als Öl und Gas. Das heißt, ich verschwende ausgerechnet die knappsten Ressourcen der Erde, um Energie zu erzeugen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wie kann das passieren? Das passiert immer auf dieselbe Art und Weise.